Start Nummer 18, Nele Bayer mit Feiter und die beiden standen für den SV Untergruppenbach, viel Glück. Bereit haben wir die Start Nummer 19, 20 und 21. Die Start Nummer 19, 20 und 21. Die beiden sind im Ziel, leider mit einer Verweigerung, der Zeit von 36, 29, die Stimmung ist gut bei euch, sehr schön.